zu unserem heutigen webinar bei der firma evolution mit mir christine baumann heiltraktikerin ich freue mich dass sie lust haben zuzuhören und reinzuschauen heute geht es um ein weiteres stoffwechsel thema das ist ja immer noch das thema dieses quartals der stoffwechsel und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem thema fettleber fettleber die stille gefahr der titel sagt es schon die fettleber ist ein problem das in unseren breiten auf dem vormarsch ist und das ganz häufig nicht erkannt wird und das auch ganz häufig nicht gedacht wird weil man es einfach sehr sehr lange nicht bemerkt wir wollen uns heute einfach kurz anschauen was ist das denn wie kommt es dazu wie kann das passieren und natürlich wollen wir uns dann auch anschauen was können wir denn tun um es zu vermeiden oder auch wenn es vielleicht schon den verdacht gibt was können wir tun um die leber zu unterstützen damit sie sich erholt schauen wir uns zunächst mal die leber an die leber ist ja wir kennen sie alle als so das haupt entgiftungs organ im körper in wirklichkeit ist sie aber eben nicht nur eine große entgifterin sondern sie ist auch unsere haupt stoffwechsel zentrale und mit 500 gramm eigengewicht ist sie auch unsere größte drüse im körper die leber hat weit über 500 verschiedene aufgaben das heißt sie tut ganz ganz viele dinge für uns ganz im stillen die leber ist kein lautes organ die leber ist auch kein organ das schmerz bereiten kann das kann sie nicht weil sie keine schmerzrezeptoren hat sondern die leber muss sich anders bemerkbar machen das ist auch der grund warum eben lebererkrankungen oder leberprobleme so lange verborgen bleiben weil man sie nicht spürt oder weil man sie zumindest nicht direkt spürt ja was macht die leber alles sie macht natürlich eben wahnsinnig viel ich habe schon gesagt dass die erste aufgabe an die wir alle immer denken ist das thema entgiftung und das stimmt auch da haben wir auch schon in anderen webinaren darüber gesprochen das thema entgiftung da ist die leber ganz ganz wichtig weil sie tatsächlich unsere haupt entgiftungs zentrale ist sie ist mit ein organ das ist sich im team des sogenannten inneren alchemisten befindet so hat paracelsus das genannt und die leber filtert im prinzip alles was über die ernährung aufgenommen wird also alles was über den darm über die da durch die schlammung durchgefiltert wird landet als allererste station erstmal in der leber wird dort untersucht und zerlegt und weiterverarbeitet und alles was wir da nicht brauchen können alles was wir da vielleicht mit aufnehmen aus dem darm was wir nicht haben wollen schadstoffe und dergleichen oder hormonüberschüsse das zerlegt die leber verarbeitet es weiter und macht es so weit sie kann wasserlöslich sehen wir hier so ein bisschen angedeutet in der zeichnung das was wasser gelöslich wasserlöslich gemacht werden kann wird wasserlöslich gemacht und geht dann über den harn in richtung niere so dass es dann über den harn ausgeschieden werden kann über den urin was nicht wasserlöslich gemacht werden kann bleibt fettlöslich und das versucht die leber dann über den gallensaft wieder zurück zu transportieren und über den darm auszuscheiden so sind die pläne natürlich gelangt nicht nur aus dem verdauungstrakt hier das blut in die leber und wird gefiltert mit allen inhaltsstoffen sondern das blut des gesamten körpers läuft regelmäßig durch die leber und auch da wird gefiltert und untersucht was sind da für schadstoffe drin was gibt es möglicherweise für stoffwechseltoxine die wir wieder ausscheiden müssen was gibt es für hormonen dysbalancen auch das reguliert die leber und untersucht die leber und filtert versucht jederzeit herauszufiltern was zu viel ist und eben auszuscheiden was zu viel ist und versucht dann auch entsprechende signale zu senden wenn etwas zu wenig ist sie kann teilweise auch selbst dinge auffüllen wenn dinge zu wenig sind sie hat also einen großen speicher an verschiedenen mikronährstoffen vitamin a zum beispiel wird hauptsächlich in der leber gespeichert auch bestimmte hormone werden in kleinen mengen in der leber gespeichert und und das wird uns in unserem webinar heute noch wichtig werden die leber hat auch einen gewissen speicher an glukose also zucker für die schnelle energie und für die versorgung jetzt über nacht oder längere hungerstrecken damit unser stoffwechsel jederzeit mit energie versorgt werden kann damit insbesondere unser gehirn jederzeit auch mit energie versorgt werden kann auch wenn es mal längere phasen gibt ohne nahrungsaufnahme und die leber hat auch die fähigkeit aus anderen makronährstoffen also aus fetten oder eiweißen was eben gerade zur verfügung steht glukose zu bauen also selbst glukose herzustellen die sogenannte glukoneogenese wie es der mediziner nennt damit eben wenn jetzt dieser speicher in der leber dieser vorrat in der leber aufgebraucht ist auch entsprechend nach produziert werden kann das ist wichtig wenn wir als steinzeit mensch in der steppe unterwegs sind und lange zeit eben keine nahrung zur verfügung haben insbesondere keine kohlenhydrate zur verfügung bekommen und aber trotzdem unseren brennstoff einfach regelmäßig irgendwie brauchen dann brauchen wir diese funktion also dies der körper ist ganz auf überleben ausgerichtet was der körper halt noch nicht ganz begriffen hat ist dass wir heute nicht mehr wirklich mit hungerphasen konfrontiert werden sondern dass eher das andere gegenteil sozusagen uns begleitet aber so sind nun mal die aufgaben jetzt erst mal angelegt natürlich macht sie noch sehr sehr viel mehr sie produziert bestimmte stoffwechsel substanzen und verteilt sie sie produziert bestimmte proteine die dann als transport taxis für mikronährstoffe für hormone für viele andere dinge im blut funktionieren damit man also die die substanzen die der körper so in der verteilung hat die er so braucht auch wirklich an die entsprechenden stationen verteilt werden können weil viele substanzen eben nicht einfach wasserlöslich sind und nicht einfach im blut transportiert werden können darum muss man da entsprechende taxis basteln und das macht zu großen teilen die leber sie produziert auch unseren gallensaft der dann in der gallenblase gesammelt wird und in der gallenblase eingedickt wird der ist natürlich nicht nur dafür zuständig dass schadstoffe damit ausgeschieden werden sondern der ist vor allen dingen auch wichtig als verdauungs saft wir brauchen den gallensaft um bestimmte nährstoffe zu emulgieren das heißt um sie in der in der oberfläche so zu verändern dass dann die enzyme aus der bauchspeicheldrüse an den makronährstoffen andocken können sie zerlegen können sie verdauungsfähig machen können und das sind vor allen dingen die fette die da verdaut werden müssen und mit den fetten aber auch die fettlöslichen vitamine also für all diese dinge ist das vorhanden sein des gallensaftes notwendig dafür ist nicht unbedingt vorhanden seien der gallenblase notwendig die gallenblase ist ein reines speicher organ die produziert also selber nicht sondern die produktion findet in der leber statt darum kann man auch durchaus überleben wenn die gallenblase zum beispiel entfernt wird dann gibt es einfach dieses reservoir nicht mehr dann gibt es diesen speicher nicht mehr aber der gallensaft wird ja eben in den leberzellen produziert und wird deswegen auch laufend weiter produziert ja ich will gar nicht tiefer auf jetzt die einzelnen funktionen der leber eingehen ich habe schon gesagt es sind weit über 500 funktionen da haben wir heute abend nicht zeit dafür wollen uns ja angucken was die fettleber mit all dem zu tun hat und wie wir dieses problem vielleicht auch wie wir diesem problem aus dem weg gehen können wie wir damit umgehen können aber ich glaube dass sie zumindest verstanden haben dass die leber ein sehr wichtiges organ ist das sehr sehr wichtige aufgaben erfüllt und sehr viele aufgaben erfüllt und dass es natürlich blöd ist wenn das ist dieses organ in seinen funktionen eingeschränkt wird wir gucken uns noch mal ganz kurz in der detail draufsicht an also das hier ist die leber schematisch dargestellt das hier ist die gallenblase die sich da hinein schmiegt mit der leber zusammen arbeitet eben die bauchspeicheldrüse die beiden gemeinsam bilden unsere verdauungssäfte die dann im dünndarm in der darmschleimhaut aktiviert werden damit dann die nahrungsbestandteile die wir aufgenommen haben zerlegt und zerkleinert werden können und dann eben später im weiteren abschnitt des dünndarms aufgenommen werden können dass wir hier sehen ist noch mal so eine ein ausschnitt quasi von diesen einzelnen leberzellen leberläppchen heißen die und in diesen leberläppchen gibt es also ganz viele leberzellen das ist das was wir hier in diesem zweiten aufgedröselten bild sehen die diese leberläppchen sind eben aus diesen leberzellen sozusagen aufgebaut das ist ein sehr sehr ausgeklügeltes system ich bin ja immer wieder fasziniert davon wie der menschliche körper zusammengebaut ist das kann sich kein architekt und keine ingenieurin so ausdenken das ist schon wirklich ganz ganz besonders zauberhaft eigentlich wie wie kleinste details da ineinander greifen und miteinander funktionieren damit menschliches leben so wie wir das haben existieren kann und funktionieren ja also milliarden von leberläppchen sind in der leber eben wenn man sie im detail sozusagen unter der lupe anschaut und in diesen leberläppchen sind diese leberzellen aufgebaut die eben jede zelle für sich aufgebaut ist wie normale zellen auch mit zellorganellen mit einem zellkern mit einer zellmembran außenrum und eben mit diesen sonderfunktionen die leberzellen sogenannte hepatozyten eben nun mal haben die bilden dann eben diese das heißt gliss und dreiecke das muss man sich alles nicht merken und in diesen gliss und dreiecken passiert dann dieser austausch in der leber da wird also das blut aus der fortader kommt hier dazu das blut aus dem kreislauf kommt hier dazu das wird hier alles gefiltert und untersucht und gereinigt und dinge zugesetzt und dinge abgezogen das alles passiert hier in diesen kleinen bauwerken die von diesen leberzellen gebaut werden und die intelligenz dazu zu wissen was muss raus was muss rein was muss wohin die steckt eben in jeder einzelnen leberzelle also ein unglaublich komplexes unglaublich spannendes gebilde mit unglaublich interessanten funktionen jetzt ja kann man sich also vorstellen da ist einiges los in der leber den ganzen tag 24 stunden mit jedem atemzug ist in jeder einzelnen körperzelle und natürlich auch in den leberzellen ganz ganz viel geboten ganz ganz viel arbeit und wir wollen uns heute aber beschäftigen mit dem thema fettleber und da muss man sich erst mal die frage stellen was ist denn das eigentlich fettleber bedeutet dass sich jetzt in diesen einzelnen leberzellen die wir da gerade gesehen haben in diesen kleinen einzelnen dinge jens tri glyzeride also fette anlagern was jetzt im beginn zunächst mal noch nicht dramatisch aussehen mag zunächst mal ist es so dass sich das diese fette einfach irgendwie in diese zelle hinein verteilen und dann bilden die sowie blasen ähnliche strukturen die sich rund um den zellkern verteilen das bremst natürlich die zellorganellen die da in diesen in dieser zelle herum schwimmen durchaus schon ein bisschen aus in ihrer arbeit aber die funktion der zelle ist zum größten teil damit noch erhalten das heißt das merken wir jetzt meistens noch gar nicht so arg man sieht es auch noch nicht wirklich arg das nennt man mikro vesikuläre verfettung so medizinische begriffe müssen sie sich auch nicht merken das heißt einfach da geht es um so ganz kleine blasen bildung sozusagen die jetzt passiert wenn es gerade ganz akut ist also wenn es ganz frisch ist das kann mal passieren auch im rahmen von der leberentzündung das kann auch mal passieren im rahmen von der schwangerschaft wenn jetzt wenn der stoffwechsel ein bisschen entgleist dann passiert diese mikro vesikuläre verfettung dann passiert eben diese einlagerung auf kleiner basis und das regeneriert sich in aller regel sehr sehr schnell wieder wenn aber dieser zustand bleibt weil er eben nicht aufgrund von einem akuten einfluss entsteht sondern aufgrund eines dauerhaften einflusses und ich erkläre gleich was damit gemeint ist dann schreitet das weiter voran dann gibt es immer mehr fett das in der zelle eingelagert wird und dadurch dass immer mehr fett in der zelle ist wird die zelle einerseits größer und andererseits werden die zellorganellen und die zellkerne quasi aus der zellmitte verdrängt und mehr so in die außenschichten der zelle verdrängt und damit kann natürlich die funktion der zelle nicht mehr aufrechterhalten werden weil einfach diese super feine kommunikation der zellorganellen und des zellkerns die in der zelle stattfinden sollten nicht mehr gegeben sind das nennt der mediziner makro vesikuläre verfettung also das mikro steht für klein und makro für groß das heißt jetzt gibt es große blasen ähnliche gebilde die man dann tatsächlich auch sehen kann wenn jetzt man in einer untersuchung in der bildgebenden untersuchung auf die leber drauf schaut man sieht eine vergrößerung der leber insgesamt und wenn man dann eben auf die leberzellen schaut dann sieht man das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein großes blasengebilde auch das merken wir ganz lange nicht die leber ist ein unglaublich regeneratives organ und versucht also permanent sich selber wieder in ordnung zu bringen sich selber zu reparieren die leber ist das einzige einzige organ das nachwachsen kann also selbst wenn jetzt jemand eine komplett kaputte leber hat und er bekommt eine leber transplantiert dann kann man einem gesunden menschen einem gesunden menschen einfach ein drittel seiner leber entnehmen dem kranken einsetzen und bereits nach sechs monaten haben beide wieder eine vollständig ausgewachsene leber wenn alles gut geht und alles angenommen wird also das zeigt einfach was für eine unglaubliche regenerationskraft in diesen leberzellen drin steckt das ist sehr besonders weil ein herz zum beispiel das würde nicht mehr nach wachsen und die lunge wächst auch nicht mehr nach ja also da ist die leber das einzige organ das in diesem ausmaß kann dass diese massive regenerativ kraft hat und deswegen kann sie ganz ganz lange solche probleme auch kompensieren ohne dass wir das wirklich ernsthaft bemerken man kann es dann einteilen diese leber verfettung grad eins würde bedeuten es sind weniger als ein drittel der zellen betroffen grad zwei der leber verfettung da sind weniger als zwei drittel der zellen betroffen und grad drei bedeutet eben zwei drittel der zellen betroffen oder sogar mehr und da kommen wir dann hin in richtung eines zustandes der dann leberzirrhose heißt wo also dann wirklich der der die funktion des organs nicht mehr gegeben ist wo also wirklich dann diese entgiftung nicht mehr funktioniert der stoffwechsel nicht mehr aktiviert werden kann wo dann entsprechende bluttransport taxis nicht mehr gebildet werden können das heißt bei einer leberzirrhose haben wir wirklich einen zustand der lebensbedrohlich ist und zwar akut lebensbedrohlich ist aber der weg zu dieser leberzirrhose der ist sehr sehr lang jetzt ist leberzirrhose ein begriff wo wir alle sofort an alkoholismus denken und dann übermäßigen alkoholkonsum ja weil tatsächlich ist es das was passiert alkohol ist eine von den noxen die so leberzellen eben belastet und wo die leber was arbeiten muss und was entgiften muss und wenn das im übermaß passiert dann werden eben in dem fall tatsächlich zur heilung der geschädigten leberzellen werden da alle möglichen substanzen herangezogen um die sozusagen reparatur arbeiten an der leberzelle zu organisieren und da werden teilweise eben dann auch fette eingelagert und deswegen kommt es dann irgendwann mal zu einem umbau der leber in fibrinogene oder fettige strukturen und dann spricht man von der leberzirrhose die eben keine funktion mehr hat das heißt wir kennen das als alkohol leber oder alkohol fett leber und bisher oder lange zeit hat man es auch sehr stark eben in diesem zusammenhang eingeordnet und man hat es eingeordnet auch im bereich diabetes diabetes typ 2 da gibt es das problem auch recht häufig dass dann eine fettleber entsteht 90 prozent aller diabetes patienten also typ 2 diabetes patienten entwickeln im laufe der erkrankung eine fettleber das ist also eine ziemlich große zahl und es ist aber so dass man heute festgestellt hat das ist ein problem was eben nicht mehr nur alkoholiker oder diabetiker betrifft man spricht heute eben von der naffel von der nicht alkoholischen fettleber oder naffel mit e hinten dran nicht alkoholische fettleber erkrankung im englischen non-alcoholic fat liver disease dann ist da noch ein d hinten dran und dieses problem betrifft eben heute nicht mehr nur die diabetes typ 2 patienten und auch nicht nur die stark übergewichtigen patienten sondern man weiß heute dass auch schlanke menschen betroffen sein können insbesondere sind eben diejenigen die mit dem bmi so gerade noch im normalbereich sind die aber eine relativ großen bauch umfang haben also dass die so wenn wenn der vom typus her der mensch eher schlank ist oder eher normal aussieht aber einen großen bauch entwickelt wenn sich also das was an zu viel da ist nicht gleichmäßig verteilt sondern vor allen dingen am bauch ist es gibt auch ganz ganz dünne und schlanke menschen die sagen ich habe ich bin eigentlich bin ich sogar zu dünn aber am bauch habe ich immer so eine kugel und die werde ich nicht los das kann verschiedene ursachen haben das kann auch einfach ein aufgeblähter bauch sein geld ist das sogenannte nutrition baby was also einfach mit nahrungsmittelunverträglichkeiten zusammenhängt das kann aber eben durchaus auch ein hinweis darauf sein dass hier ein fettleber problem gibt und das betrifft im deutschsprachigen raum 30 bis 40 prozent der bevölkerung man sagt heute sogar mehr als 40 prozent der bevölkerung die nach schätzungen an einer nicht alkoholischen fettleber erkrankung leiden tendenz steigend und die dunkelziffer ist eben sehr sehr hoch weil man das ganz häufig eben nicht bemerkt das ein symptom davon ist eben das fett am bauch das nicht direkt unter der haut liegt also dass die gute nachricht ist wenn wir fettdepots haben und sie liegen unter der haut da gehören die hin da stören die uns am wenigsten aber wenn das fettgewebe eigentlich nicht unter der haut direkt liegt sondern eigentlich verteilt es an den organen das viszerale fett dann beeinträchtigt es eben die organfunktion und dann ist meistens die leber auch mit betroffen jetzt ist man lange davon ausgegangen dass übergewicht ganz viel zu tun hat mit fettreiche ernährung weshalb wir in den 80er jahren 1000 verschiedene low fat diäten empfohlen bekommen haben wo wir also kalorien reduziert und vor allen dingen fett reduziert gegessen haben aber wir haben hoffenweise so dinge gegessen wie nudeln mit tomaten soße und solche sachen weil das nicht so viele kalorien hat und eben kaum fett enthält das war leider nicht so eine wahnsinnig gute empfehlung weil man heute weiß dass das meiste übergewicht und vor allen dingen eben diese übergewichte die mit verfettung von organen einhergehen ganz viel zu tun haben mit einem übermaß an kohlenhydraten also alles was kohlenhydrate sind nudeln brot reis pizza pasta teigwaren das sind alles dinge die kohlenhydrate enthalten und dann eben meistens auch noch kurz kettige kohlenhydrate das heißt ausgemahlene mehle egal ob das jetzt das mehl vom weizen oder vom dinkel ist wenn es ein fein ausgemahlenes weißes mehl ist dann sind es kurz kettige kohlenhydrate die eben den stoffwechsel sehr sehr stark belasten die belasten den stoffwechsel vor allen dingen dann wenn wir uns zu wenig bewegen also es geht nicht darum keine kohlenhydrate essen zu dürfen sondern es geht darum zu sehen dass man sich die kohlenhydrate sozusagen über bewegung verdient in dem moment wo wir uns bewegen werden die zellen hungrig reagieren aufs insulin ich habe das ja im letzten webinar schon erklärt mit dieser insulinkurve und dann wird das was wir mit den kohlenhydraten in energie zuführen einfach verbrannt und verwertet und dann lagert sich das auch nirgendwo an und dann werden zellen auch nicht insulinresistent das thema insulinresistenz ist eben eines was bei der fettleber auch ein ganz ganz großes thema ist einerseits sind die folgen von fettleberentwicklungen die entwicklung von insulinresistenzen ich erkläre auch gleich warum und andererseits wird die fettleber eben auch schon von der insulinresistenz ausgelöst ich habe schon gesagt vorhin dass die leber unter anderem die funktion hat glukose zu basteln zucker zu basteln für die zeiten in denen wir nicht genügend nahrung zur verfügung haben und diese diese zucker produktion ist was was sehr sehr fein kontrolliert wird im körper eigentlich in dem moment wo die leber ein bisschen zucker freisetzt aus den depots oder auch selbst produziert weil die depots bereits aufgebraucht sind weil wir zum beispiel marathon gelaufen sind oder so in dem moment wird auch automatisch gemessen wie viel zucker ist denn da jetzt im blut und dann wird insulin ausgeschüttet wir brauchen das insulin ja als transport taxi um den zucker in die zellen hinein zu transportieren wo die der zucker dann als energie verwertet werden soll und auch in dem moment wo insulin ausgeschüttet wird um den zucker in die zellen zu transportieren kommt das insulin auch bei den leberzellen an und damit kriegen die leberzellen die information stopp jetzt ist gerade genug blutzucker da jetzt muss erst mal nicht weiter produziert werden jetzt mach mal eine pause bis sozusagen wieder eine insulin karenz passiert bis kein insulin mehr da ist und dann erst kommt die leber wieder in diese funktion rein da ist im stoffwechsel zu wenig los wir brauchen mehr energie wir produzieren wieder zucker wenn jetzt die leberzellen selbst aufgrund von ständigem anfluten von kohlenhydraten insulin resistent werden dann reagieren die nicht mehr auf dieses stopp schild und dann produzieren die selbst zucker in dauerschleife die produzieren den zucker aus fetten und proteinen jetzt könnte man sagen super wird der fett abgebaut dann ist aber leider nicht so weil dann ja wieder zu viel zucker da ist der dann wiederum in fette umgewandelt wird und eingelagert wird zumal wenn wir uns eben nicht bewegen der körper nicht an die fettreserven geht sondern der körper nimmt als allererstes proteine weil die viel einfacher umzubauen sind in glukose erstens und weil der unterhalt von muskelmasse sehr sehr viel energie kostet und der körper sagt wenn mir keine energie zugeführt wird das ist ja die information die die leberzelle hat wenn sie zucker produzieren soll heißt es ist zu wenig energie da auch wenn vielleicht im stoffwechsel gerade eine falsche information unterwegs ist und dann wird sie natürlich diejenigen substanzen abbauen im körper diejenigen gewebe abbauen im körper die am meisten energie produzieren und von der sie glaubt die brauchen wir nicht wenn wir uns nicht bewegen dann brauchen wir diese teure muskelmasse nicht sondern können wir die abbauen das heißt es werden die proteine aus den muskelzellen abgebaut damit haben wir weniger muskelzellen das wären die die aber eigentlich zucker verbrennen könnten damit geht unser stoffwechsel nach unten damit geht auch unser kalorienverbrauch nach unten unser grundumsatz nach unten und andere zellen rundherum werden insulin resistenter gleichzeitig weil ja nach wie vor der zu viel produzierte zucker da ist und dann ist so ein teufelskreis ja die leber sorgt für insulin resistenzen die insulin resistenzen sorgen für weitere leber verfettung und dann entwickeln wir uns da über diesen weg in so einen in so eine diabetes kreislauf hinein aus dem es ganz schwer ist rauszukommen woher kommt das ich habe schon gesagt das verhältnis kohlenhydrate und bewegung ist eben ein großer schlüssel heutzutage ganz lange hat man den diabetikern gesagt sie müssten statt normalen zucker fruchtzucker verwenden heute weiß man dass die fruchtzucker tatsächlich genau dieses problem noch verstärken also dir der fruchtzucker ist zwar eigentlich nichts was insulin lockt aber der fruchtzucker ist etwas was die leber sehr stark verfettet das heißt alles wo wir als ersatz für einen normalen zucker fruchtzucker drin haben belastet wiederum die leber deswegen ist es auch nicht klug als ersatz süßungsmittel für alles zum beispiel agavendicksaft zu verwenden agavendicksaft hat sehr sehr viel fruchtzucker und ist zwar natürlich von der glykämischen last her deutlich niedriger als andere zuckerarten aber er belastet leider die leber sehr stark ebenso der ahornsirup also diese ganzen alternativ süßungsmittel die sind für die leber durchaus auch eine belastung bei erythrit und xylit ist es ein bisschen anders das sind zucker alkohole die jetzt nicht diese verfettung auslösen aber es sind alkohol die auch wieder von der leber abgebaut werden müssen das heißt einfach zucker eins zu eins durch erythrit oder xylit zu ersetzen ist auch nicht die richtige lösung sondern die richtige lösung wäre tatsächlich einfach die mengen an zucker die wir zuführen deutlich zu reduzieren und in bewegung zu kommen damit wir uns diese ganzen kohlenhydrate einfach ehrlich verdienen die gute nachricht bei allem ist dass diese nicht alkoholische fettleber erkrankung sehr gut regeneriert werden kann das kann sich alles erholen in kleinen und einfachen schritten und man kann die leber sehr sehr gut unterstützen und ich habe schon gesagt was die leber für eine unglaubliche regenerativkraft hat selbst wenn schon eine sehr weit fortgeschrittene fettleber besteht kann der zustand sich sogar innerhalb eines halben jahres deutlich verbessern wenn nicht sogar ganz verschwinden also die leber ist unglaublich schnell in ihrer regeneration wir müssen sie dann nur tatsächlich einfach ein bisschen unterstützen damit sie auch die chance hat diese regenerativkraft auszuloten ja in kleinen einfachen schritten ich habe diese gleiche folie auch drin wenn es um die insulinresistenzen und den diabetes geht und ich bringe sie immer wieder weil sie so wichtig ist dieses ding heißt bewegungsapparat und nicht sitz und bettapparat das heißt die allerwichtigste therapie für den stoffwechsel ist bewegung wir machen mit bewegung die zellen wieder hungrig wir bauen mit bewegung die insulinresistenzen ab wir verbrauchen mit bewegung einfach die energie die wir zugeführt haben jetzt brauchen wir tatsächlich dabei auch das ziel muskelaufbau cardio training ist super gut fürs herz kreislauf system cardio training verbrennt natürlich auch einiges an kalorien aber wenn wir unseren grundumsatz erhöhen wollen und unseren stoffwechsel gesund machen wollen dann brauchen wir den aufbau von muskelzellen je mehr muskelzellen da sind desto schneller geht die regeneration weil die muskelzellen eben diejenigen sind die den blutzucker abbauen die aufs insulin wieder reagieren sollen also das heißt einfach nur mit dem hund spazieren gehen ist eine tolle sache reicht aber nicht aus wenn wir unseren stoffwechsel in eine gesunde ecke bringen wollen dann müssen wir ab und zu auch ein paar liegestützen machen dann müssen wir ab und zu auch ein paar kniebeugen machen wer mag darf auch gerne ins pilates gehen wer mag darf auch gerne ins fitnessstudio gehen und schwere gewichte stemmen da gibt es wirklich für jeden die passende sportart um sich gut bewegen zu können um wieder gut in den muskelaufbau zu kommen natürlich ist bewegung nicht das einzige was wir mit unserem lebensstil tun sollten aber es ist eben das a und o fürs gewichtsmanagement wenn wir uns versuchen protein basiert zu ernähren oder eiweiß basiert oder eiweiß reich zu ernähren pflanzen basiert wäre es eigentlich das heißt wir essen viel gemüse ein bisschen obst darf natürlich auch sein aber eben welche wegen des fruchtzuckers gerade bei der fettlebererkrankung bitte nur in kleinen mengen und nicht ständig mit banane und sehr stark zuckrigem obst sondern eher die zuckerarmen sorten das heißt beeren sind da ganz ganz großartig weil die sehr wenig fruchtzucker enthalten und sehr viele tolle mikronährstoffe also gemüse bildet die basis ein bisschen obst darf sein am liebsten beeren und dann ergänzen wir das ganze durch proteine die müssen nicht aus tierischer herkunft sein das muss nicht fleisch sein das muss nicht käse sein das darf auch sehr gerne protein und eiweiß aus hülsenfrüchten zum beispiel sein oder aus quinoa und wenn wir kohlenhydrate essen dann schauen wir eben dass wir uns bewegen entsprechend und dass es hochwertige kohlenhydrate sind und keine kurzkettigen ganz wichtig ist dass wir ausreichend trinken damit der stoffwechsel auch wirklich ein lösungsmittel hat um in schwung zu sein und dabei dürfen es natürlich dann bitte keine zuckerhaltigen getränke und fruchtsäfte sein wenn wir die leber entlasten wollen sondern es sollte wasser sein und ungesüßte tees vielleicht am besten so ein bittertee da kommen wir nachher gleich noch auf dem rezept bewegung habe ich schon gesagt und ich sage es noch mal weiß so wichtig ist wenn wir cardio training machen erhöhen wir den kalorienbedarf muskelaufbau erhöht den grundumsatz wir wollen am liebsten beides haben ja und cardio training muss auch nicht bedeuten dass wir marathon laufen und stundenlang joggen sondern cardio training darf eben auch bedeuten dass wir zum beispiel wandern gehen ein bisschen bergauf ein bisschen bergab ein bisschen wo die muskulatur auch im fokus steht hiet training also 20 minuten trainings die ein großes intensitätsintervall haben zum beispiel sind sehr sehr gut geeignet um den stoffwechsel wieder zu aktivieren und natürlich gibt es noch viele andere faktoren die da mit rein spielen die schilddrüse kann mit rein spielen stress ist ein großer faktor wenn es um die gewichtskontrolle und um den stoffwechsel geht da will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen das habe ich in den letzten webinaren auch schon erklärt ganz wichtig auch immer die psychische unterstützung das gilt natürlich auch für die leber in der leber sitzt viel verschluckte wut also das was wir im stress so in uns hinein fressen und nicht nach außen transportieren das hockt nachher als lavierte emotionen in der leber und belastet die leber überhaupt ist die leber diejenige die die emotionen verarbeiten muss das heißt es spielt für mich schon immer mit rein dass wir auch wenn wir der leber was gutes tun wollen schauen dass wir unsere psychohygiene ein bisschen unterstützen die meisten leberpflanzen sind sowieso entgiftung pflanzen das heißt diesen aspekt haben wir schon mal mit dabei ja und wenn wir jetzt gucken welche substanzen welche pflanzen sind hilfreich für die leber was können wir denn tun wenn jetzt der verdacht auf eine leber verfettung besteht dann ist natürlich die allererste pflanze ich weiß schon es ist manchmal vielleicht ein bisschen langweilig weil ich immer wenn ich über die leber rede auch über die mariendistel rede aber es ist nun mal so dass es die leber pflanze nummer eins ist und auch diejenige pflanze an die immer alle als erstes denken wenn man das wort leber sagt die mariendistel eine wunderschöne pflanze jetzt wenn man ihr begegnet am wegesrand oder im garten dann weiß der gärtner sie sieht zwar unheimlich hübsch aus aber es ist gar nicht so angenehm mit ihr in kommunikation zu sein weil sie sehr sehr stachlig ist also das heißt man kann einfach in ihren tanzbereich nicht eintreten ohne dass sie sich bemerkbar macht sie zeigt ganz klar wo sie steht sie zeigt ganz klar wo ihre grenzen sind und das wollen wir in der leber ja auch haben das tut sie tatsächlich in der leberzelle auch die mariendistel wird schon seit dem altertum verwendet zur unterstützung der leber und auch zur entgiftung man hat sie also zum beispiel als gallentreibendes mittel gegeben wenn jetzt der verdacht war beim melancholiker das ist ja früher nach säftelehre sozusagen gegliedert worden dass der gallensaft ins stocken geraten ist und deswegen der mensch zum beispiel verstopft ist und deswegen trübselig trübselig wird dann hat man die mariendistel eingesetzt und man hat sie auch eingesetzt bei schlangenbissen das hat alles so ziemlich seine berechtigung tatsächlich ist es so dass ich ja gesagt habe die leber ist kein schmerzorgan das heißt sie kann sich nicht bemerkbar machen indem sie uns irgendwie weh tut sondern die leber äußert sich darüber dass sie uns tagsüber müde macht und nachts nicht schlafen lässt müdigkeit ist der schmerz der leber sagt der naturheilkundler und wenn man jetzt leber patienten sich anschaut sind das ganz oft menschen die so ein bisschen niedergeschlagen wirken die so eher zum grübeln und in richtung depression oder depressive verstimmung neigen die irgendwie so aus dem rhythmus gefallen sind die so in so eine null bock haltung geraten sind das ist so der klassische leber patient ja wenn also wirklich so richtig die lebenslust verloren gegangen ist leber erschöpfungs depression nennt man das auch und gleichzeitig sind schlafstörungen eigentlich immer ein hinweis auf die leber da kann natürlich ganz viel rein spielen auch bei schlafstörungen der stress die schilddrüse die belastungen ja hormonelle disbalancen es gibt tausend ursachen warum jemand schlecht schläft aber wer schlecht schläft egal ob er schlecht einschläft oder nicht durchschläft der sollte immer auch gucken kann ich vielleicht für meine leber was tun und wenn man für seine leber eben was tun will ist die mariendistel großartig diese ganzen alten anwendungsgebiete haben sich spannenderweise in der modernen evidenz basierten medizin bestätigt man weiß nämlich heute dass die inhaltsstoffe der mariendistel ganz starke entgiftungspotenziale haben also man verwendet zum beispiel auch die extrahierten sekundären pflanzenstoffe aus der mariendistel bei einer knollenblätterpilz vergiftung in der intensivmedizin dann natürlich als infusion und dann natürlich auch ärztlich geführt also machen sie damit bitte zu hause keine experimente knollenblätterpilz vergiftung ist tödlich aber die extrahierten inhaltsstoffe ich finde das gibt immer so ein bisschen noch mal die information was für ein starkes potenzial in so einer pflanze steckt die würde man da eben in der intensivmedizin zum einsatz bringen wir müssen gar nicht in die intensivmedizin gehen wir wissen es also tatsächlich auch von umweltgiften von medikamenten von alkohol zum beispiel dass die mariendistel uns da sehr hilft weil sie nämlich auf zwei wegen sozusagen uns unterstützt zum einen schützt sie die leberzelle davor sie hat ja diese begrenzende ausstrahlung dieses grenzen zeigen dieses schutz diesen schutz des individuellen das bringt sie auch den leberzellen bei dass die einfach schädigende substanzen gar nicht so sehr in ihr inneres lassen so dass die gar nicht reinkommen und diese leber vergiftung die dann ja zu der leberverfettung auch führen kann gar nicht so sehr passieren kann nicht im gleichen ausmaß wenn sie natürlich ein alkoholiker haben der jeden abend so und so viel alkohol trinkt dann wird in die mariendistel nicht retten braucht man nicht reden geld also das ist kein freibrief und die kann natürlich auch nur in gewissem maß dinge ausbremsen wenn die noxen die vergiftung immer und immer wieder anflutet dann wird irgendwann mal trotzdem einfach ein eine schädigung stattfinden aber der stoffwechsel der leberzellen wird eben durch die inhaltsstoffe der mariendistel derart verändert dass er weniger schadstoffe aufnimmt das heißt prophylaktisch kann man die mariendistel sehr gut einsetzen wenn man jetzt eben zum beispiel weiß ich muss in einer operation weil irgendwie ich einen sportunfall gehabt habe oder so und ich weiß da fluten jetzt schmerzmittel an da fluten jetzt irgendwie narkosemittel an da kommt also jetzt einiges auf meine leber zu was sie entgiften muss dann kann ich mit der mariendistel im vorfeld schon mal dafür sorgen dass sie einfach diese schädigungen nicht so sehr für sich aufnimmt wenn jetzt aber schädigungen schon entstanden sind wenn ich also zum beispiel jetzt weiß oh weh oh weh mein stoffwechsel ist überlastet gewesen in den letzten zwei jahren weil ich nicht aufgepasst habe weil vielleicht viel stress war oder was auch immer und es gibt da möglicherweise schon fettleber tendenzen dann ist die mariendistel trotzdem noch die richtige pflanze weil die mariendistel eben aufgrund ihrer inhaltsstoffe des silimarin ist einer davon sehr stark die regenerativ kräfte der leber anregt also die die heilung der leberzellen sozusagen aktiviert und die neubildung von gesunden leberzellen aktiviert selbst bei patienten mit einer leberzirrhose hat man feststellen können dass die mariendistel eben diese regenerativ prozesse unterstützt und beschleunigt und verbessert also wenn jetzt zum beispiel aufgrund von einer virus erkrankung eine leberentzündung entstanden ist hilft die mariendistel weil sie anti entzündlich wirkt auf die leber und weil sie eben auch das lebergewebe wieder in ordnung bringt funktionell angewendet nimmt man die mariendistel auch wenn man blähungen hat oder volle gefühl oder das gefühl hat dass man fettreiche speisen nicht mehr gut verträgt man nimmt sie wenn der gallenfluss nicht richtig in ordnung ist die leber die mariendistel kann man auch einsetzen bei gallensteinen zum beispiel es gibt pflanzen bei denen wäre ich vorsichtig wenn gallensteine da sind man weiß dass weil manche pflanzen einfach zu sehr den gallenfluss anregen und dann wäre die gefahr dass vielleicht mal so ein gallensteinchen abschießt und irgendwelche gallengänge verstopft das wollen wir nicht die mariendistel ist da relativ mild und relativ sanft und kann durchaus auch die viskosität des gallensaftes so verbessern dass eben sich vielleicht das ein oder andere steinchen sogar auflösen kann wie viele andere pflanzen wie alle anderen pflanzen hat die mariendistel natürlich nicht nur eine ein talent sondern sie kann noch viel mehr sie ist ein tolles lymph entlastungsmittel sie schützt schützt auch die magenschleimhaut nicht nur die leber sie hat ganz starke antioxidative eigenschaften insbesondere natürlich in der leber was auch wichtig ist wenn wir zum beispiel schwermetall entgiftung machen wollen dann fluten ja sehr viele freie radikale an und dann müssen müssen die leberzellen vor diesen freien radikalen geschützt werden auf seelischer ebene hilft uns die mariendistel eben auch mit dem thema abgrenzung wenn wir uns nicht gut abgrenzen können wenn wir uns ständig von anderen auf die füße treten lassen ist die mariendistel eine pflanze die uns hilft einfach klar zu sagen das ist mein tanzbereich das heißt wir werden nicht unsympathisch wir werden auch nicht böse die mariendistel macht uns nicht aggressiv sondern sie hilft uns einfach ein liebevolles nein zu formulieren und unsere eigenen grenzen gut zu wahren die zweite pflanze die ich vorstellen möchte hat auf die leber ganz ähnliche wirkung eigentlich wie die mariendistel das ist die schisandra beere die schisandra beere kommt jetzt aus der tcm oder wird in der tcm sehr sehr viel eingesetzt das chinesische spaltkörbchen heißt sie auch sie heißt im chinesischen auch die beere der fünf elemente und sie hat eben auch diese besonderen talente dass sie einerseits das leberparenchium schützt davor schädigungen aufzunehmen so wie ich das gerade bei der mariendistel erklärt habe und andererseits eben auch die regenerationskräfte der leber aktiviert zusätzlich das kann die mariendistel auch unterstützt schisandra auch die entgiftung die die produktion von entgiftungs enzymen in der leber die wird angeregt so dass man tatsächlich auch wenn man jetzt schlechte leberwerte im blutbild hat ja also wenn gebt gott oder gpt schlecht sind oder auch wenn das gamma gt was so der vergiftungsanzeiger in der leber schlecht ist diese ganzen leberenzyme wenn da irgendwie erhöhte werte sind dann kann man mal einen versuch machen entweder mit mariendistel oder mit der schisandra die können tatsächlich beide sogar blutwerte deutlich verbessern weil sie eben wir wollen ja keine laborkosmetik betreiben sondern weil sie tatsächlich die leber unterstützen und die leber verbessern der unterschied jetzt zur mariendistel sind jetzt einfach die die zusätzlichen talente die die pflanzen haben zum einen ist die mariendistel natürlich eine heimische pflanze die bei uns im garten wächst und damit natürlich auch uns vielleicht ein bisschen näher ist zum anderen sie einfach eben mehr wie ich gesagt habe eine lymphentlastungspflanze magenentlastungspflanze schisandra kommt aus der tcm und wird dort verwendet um die fünf elemente auszugleichen man sagt die beere der fünf geschmäcker und mit den fünf geschmäckern sind dann die fünf elemente in verbindung gebracht und mit den fünf elementen auch die fünf hauptorgane also leber lunge herz milz und niere das sind die organe auf die die schisandra wirkt das heißt man setzt jetzt schisandra durchaus auch als stärkungsmittel ein wenn es um die anderen organe geht ja also wenn wir jetzt zum beispiel den leber patienten haben der auch asthma hat asthma wäre zum beispiel auch so eine indikation wo man mit schisandra in der begleitung arbeiten kann wir wollen natürlich nicht die schulmedizin ersetzen auf gar keinen fall aber man kann eben den versuch machen mit so einer pflanzlichen unterstützung zu begleiten und damit vielleicht einfach die zeiten zwischen den anfällen zu verlängern damit vielleicht auch die notwendige menge an schulmedizinischen medikamenten zu reduzieren oder einfach insgesamt den gesamtzustand zu verbessern schisandra ist jetzt gleichzeitig auch so ein tonikum ein sogenanntes stress adaptogen und ich finde eins von denen die man ganz gut ausgleichend verwenden kann viele stress adaptogene haben eine sehr stark aktivierende wirkung wo man dann die gefahr hat wenn man jetzt jemanden der kurz vorm burnout steht etwas gibt was ihm noch mehr kraft gibt was macht er dann der powert sich endgültig aus und steht nicht mehr vorm abgrund sondern geht einen schritt weiter und es gibt eben so ein paar adaptogene die nicht so pushend sind sondern die mehr ausgleichend wirken da gehört schisandra dazu die macht uns ein bisschen gelassener im umgang mit stress die gibt uns schon auch kraft aber sie macht auch so ein bisschen wie ein filter der sich um uns herum legt dass einfach die dinge von außen nicht mehr sonst rankommen und wir viel entspannter reagieren können auf neue herausforderungen das ist ein feedback das ich immer wieder von patienten bekommen die jetzt von mir schisandra gekriegt haben zum beispiel für die leber oder zur unterstützung der lunge da wird sie auch sehr sehr gerne eingesetzt dass sie dann sagen seit ich das nehme fühle ich mich so ausgeglichen und so gelassen und ich bin nicht mehr so leicht reizbar sie verbessert den schlaf das tun eigentlich fast alle lebermittel dass sie gibt beim schlaf helfen und hilft eben auch gegen depression und erschöpfung gerade so diese klassische leber erschöpfung depression die werden wir mit schisandra los schisandra hat viele 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 eigenschaften in der tcm ist sie eben wie gesagt ein ganz ganz hoch geschätztes mittel was allgemein zur verjüngung verwendet wird allgemein zur kräftigung auch als aphrodisiokum und liebesmittel für beide geschlechter eine mangelnde libido ist ja ganz häufig einfach auch nichts anderes als ein ausgebrannt sein schisandra wird sogar begleitend in der krebstherapie verwendet also sie hat ganz ganz viele anwendungsmöglichkeiten und wenn man sich da einfach hingezogen fühlt und man da eine resonanz hat dann kann man einfach mal einen versuch machen zurück noch mal zu einer heimischen pflanze die jetzt auch sehr gerne eingesetzt wird wenn es um das thema leber und galle geht und aber auch um das thema stoffwechsel und zwar ist es die artischocke die artischocke ist durchaus verwandt mit der mariendistel die ich vorher vorgestellt habe aber die artischocke hat jetzt überhaupt nicht diese stacheligkeit die artischocke kann man anfassen die ist ganz weich beziehungsweise haben die blätter sogar so eine so eine art wachsschicht drüber weil die sich eben dadurch dass die sehr ausladend wächst muss die sich ein bisschen schützen vor vor flüssigkeitsverlust vor dem abdampfen dass sie also nicht zu schnell austrocknet und das macht sie indem sie so eine wachsschicht über ihre blätter drüber legt damit zeigt sie uns schon ein bisschen auch dass sie was zu tun hat mit den 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 polaritäten im leben dass man so völlig ins übermaß geht weil sie so völlig überüppig wächst und total ins übermaß geht und gleichzeitig aber eben diese als käse auch kennt und einfach dann eine entsprechende strategie entwickelt hat dass ihr dieses übermaß nicht zum verhängnis wird die artischocke wirkt nun sehr anregend auf den gallenfluss und unterstützt auch die viskosität des gallensaftes das heißt das wäre jetzt auch wieder eine pflanze die wir nehmen können wenn da gallensteine im verdacht sind wenn jemand oftmals mit gallen koliken zu tun hat zum beispiel oder überhaupt wenn jetzt mit der galle irgendwas nicht okay ist auch wenn die galle entfernt worden ist kann man die artischocke unterstützend verwenden einfach um den gallenfluss oder den gallensaft dann in fluss zu halten es gibt ja dann dieses reservoir nicht mehr und umso mehr muss dann die galle fließend und aktiv sein damit wir sie verwenden können man weiß von der artischocke die übrigens auch schon seit alter zeit verwendet wird bei uns und auch schon im mittelalter eingesetzt worden ist eben für gallenprobleme eben für fettleibige menschen zur unterstützung des stoffwechsels und man weiß heute es muss ja heute alles immer in studien dann belegt werden dass die artischocke in der lage ist cholesterinwerte zu harmonisieren und zu regulieren also wenn der cholesterinspiegel zu hoch ist wenn das verhältnis zwischen dem ldl und dem hdl cholesterin nicht stimmt kann man mit der artischocke einen versuch machen sie entlastet auch den gesamten verdauungstrakt das heißt wenn wir fett reiche speisen nicht gut vertragen wenn wir immer mit völle gefühl aufs essen reagieren wenn da viele blähungen sind dann hilft uns die artischocke eben auch und ich habe es schon angedeutet sie hat auf der seelischen ebene so dieses diese vermittlung zwischen übermaß und askese das heißt menschen die kein mittelmaß finden können die entweder so richtige fressanfälle haben und alles in sich hinein schaufeln was gerade den puren genuss vermittelt und überhaupt nicht darüber nachdenken was jetzt gesund ist und wie viel davon gesund ist und die dann zwei tage später alles zutiefst bereuen und dann die nächste magerkur anfangen oder eine null diät machen weil sie es die tage davor so übertrieben haben die also immer so hin und her schwanken von dem einen extrem ins andere und das muss gar nicht immer das essen sein geld es kann auch mal sein dass man sagt man lebt seine kaufsucht total aus und dann gönnt man sich aber in der nächsten gelegenheit gönnt man sich irgendwie das das gut riechende putzmittel nicht oder so wo die ätherischen öle die hochwertigen drin sind sondern das billigere weil man einfach jetzt nicht so viel geld ausgeben möchte also überall da wo wir extreme finden und wo jemand schwankt zwischen zwei extremen überall da hilft uns die artischocke weil sie eben hilft zwischen diesen extremen zu vermitteln und weil sie uns hilft den mittelweg zu erkennen und so ein bisschen in die harmonie zu kommen bei evolution haben wir sie als essenz das heißt da wirkt sie sehr stark auch auf dieser seelischen ebene auf dieser wesensgemäßen ebene und wir haben sie aber nicht als pflanze alleine in diesem destillat drin sondern wir haben sie in der essenz drin sondern sie wird noch begleitet von der mariendistel die ich ja schon beschrieben habe und dem löwenzahn und dem oder mannig zum löwenzahn komme ich nachher noch der oder mannig wird im volksmund auch leberklette genannt ist eine meiner lieblings verdauungspflanzen muss ich ganz ehrlich sagen hat auch so etwas ganz liebliches unterstützendes und im komplex kann man eben diese diese essenz verwenden um die die verdauung zu unterstützen bei fälle gefühl und unwohlsein nach dem essen zu regulieren aber eben auch auf seelischer ebene um jetzt so diese wut und die aggression die wir runtergeschluckt haben und die sich dann so in der leber anstaut und die uns auf der leber belastet und da so ein bisschen auf seelischer ebene eine reinigung zu machen und auch von materieller anhaftung da sind wir wieder bei diesem übermaß befreit zu werden das können wir eben sehr sehr schön mit dieser komplex essenz machen ja der stoffwechsel ist einfach ein großes thema ich will den ginseng noch kurz vorstellen das ist jetzt nicht unbedingt die leberpflanze nummer eins aber auch wieder doch weil der ginseng einfach so vieles kann gelb und der ginseng ist halt eine pflanze die sehr sehr stark aktivierend auch auf den stoffwechsel wirkt das heißt wenn jetzt die diese verfettung der leber daher wird dass der stoffwechsel ins ungleichgewicht geraten ist wenn wir da irgendwie eine anregung des stoffwechsels haben wollen ist der ginseng eine pflanze an die wir denken können auch da gibt es natürlich viele andere ich habe in den vergangenen webinaren schon ein paar vorgestellt der ginseng hat eben auch blutzucker regulierende eigenschaften er reguliert auch die entzündungen und den oxidativen stress was ja ganz wichtig ist wenn wir mit so stoffwechsel problemen zu tun haben dann haben wir einfach immer einen erhöhten oxidativen stress und dann brauchen wir pflanzen die uns da so ein bisschen aus dieser aus diesen oxidativen angriffen wieder rausholen ginseng kann natürlich noch sehr sehr viel mehr reguliert die hormonausschüttung ist ein klassisches kraftgebendes stressadaptogen so ein tonikum eigentlich kennt man den ginseng als die wurzel für die alten männer das stimmt aber gar nicht der ginseng ist für alle geschlechter gut und auch für junge menschen gut weil er eben leistungsfähig macht oder stress resistent macht weil er das immunsystem moduliert und reguliert er hilft uns wenn wir krank gewesen sind schneller wieder auf die füße zu kommen er verbessert insgesamt unser wohlbefinden er unterstützt insgesamt unseren hormonhaushalt er macht beide geschlechter fruchtbar er steigert bei beiden geschlechtern die libido also der hat ganz ganz viele positive eigenschaften und natürlich stärkt er auch die leber und bei der fettleber entlastet er eben weil er den stoffwechsel eben zusätzlich noch unterstützt darum wollte ich ihn jetzt einfach hier noch zusätzlich mit vorstellen jetzt sagt ach mit diesen ganzen tinktürchen krimskrams kann ich nichts anfangen ich brauche das schön praktisch und kompakt in einer kapsel der kann sich mal die formel le 5 komplex kapseln von evolution angucken die finde ich sehr hübsch zusammengesetzt da haben wir die mariendistel mit drin da haben wir die artischocke mit drin wir haben kurkuma mit drin kurkuma ist auch so eine substanz die sehr sehr schön leber entgiftend wirkt habe ich auch schon viel darüber geredet in bestimmten podcast folgen oder webinaren kurkuma wirkt antientzündlich auf die schleimhäute kurkuma unterstützt die entgiftung kurkuma wirkt regenerierend auf die leber kurkuma stärkt die leber und aktiviert den leberstoffwechsel ist es durchaus auch eine substanz die wir auch als einzelsubstanz versuchen könnten wenn es eine fettleber gibt und es gibt auch ganz oft die empfehlung einfach wenn man ganz unspezifisch mal eine kur machen will so einmal im jahr oder alle zwei jahre dass man einfach mal sechs bis acht wochen eine kur macht mit hochdosiertem kurkuma extrakt das unterstützt die leber das fährt den ganzen im ganzen körper entzündungsprozesse runter das aktiviert entgiftungsprozesse und es stärkt die darmschleimhaut also kurkuma auch eine ganz ganz tolle substanz die sehr sehr gut untersucht ist wo es sehr sehr viele studien dazu gibt und die jetzt eben hier zusammenkommen mit mariendistel artischocke wermut und löwenzahn wermut und löwenzahn schauen uns nachher gleich noch an weil die im tee auch mit drin sind so ein richtig guter leber tee der muss ordentlich bitterstoffe liefern und da helfen uns diese beiden pflanzen ganz wunderbar hier sind sie eben einfach für diejenigen die jetzt sagen nee tee packe ich einfach wirklich nicht ist mir zu bitter bitter auf der zunge ist gesund und man kann sich daran gewöhnen also ich würde immer den tee bevorzugen aber man kann natürlich auch mal eine entlastungskur machen mit kapseln und die leber aktiviert man eben auch mit den kapseln dazu muss nicht der bittere tee getrunken werden wir unterstützen damit die stoff wechselleistung von leber und galle wir können das einsetzen diesen komplex bei erhöhten cholesterin werten wir haben da aus allen pflanzen diese leber regenerierenden eigenschaften die uns auch bei einer fettleber zugutekommen wir haben in all diesen pflanzen natürlich auch der auch der wermut und auch der löwenzahn haben den ganz ganz stark aktivierenden einfluss auf unseren stoffwechsel das heißt wir aktivieren auch den stoffwechsel wenn da entgleisungen stattgefunden haben auch wenn man jetzt sagt ich möchte ein paar pfunde loswerden kann man einfach mal so eine so eine unterstützung mit diesen formel le5 machen formel le5 schlucken und weiter burger futtern und sich nicht bewegen wird das leben nicht verändern das sind wir uns alle einig aber wenn man einfach sagt ab jetzt gehe ich es an ab jetzt lebe ich gesund und man möchte sich ein bisschen unterstützen um schnellere erfolge zu sehen dann wäre das zum beispiel ein mittel was da in frage kommt die helfen auch wenn man immer mit völle gefühl und blähungen zu tun hat einfach weil sie den gesamten inneren alchemisten ein bisschen unterstützen also da kann man einfach mal einen versuch machen wenn die verdauung immer eher träge ist und eher langsam ist kann man damit einen versuch machen wenn man tendenziell eher zu durchfall neigt dann kann es sein dass sie in der zusammensetzung ein bisschen zu stark sind und dass man dann eben lieber mit einer kräutertinktur mit einem einzelkraut arbeitet l-glutadion ist noch so eine substanz die man unbedingt erwähnen muss wenn es um die leber und um die leberregeneration geht l-glutadion ist ein vitaminoid das aus mehreren aminosäuren oder eiweißbausteinen gebastelt wird im körper und dass der körper eben in seiner aktiven form verwenden oder braucht damit das verwenden kann und das ist diese sogenannte reduzierte form glutadion ist ein ganz ganz großartiger unterstützer wenn es darum geht die leber zu entlasten die entgiftung der leber zu aktivieren glutadion hilft uns bei der schwermetall entgiftung weil es eben hilft die schwermetalle aus den zellen raus zu schleusen raus zu transportieren sie gleichzeitig bindet und eben dadurch ausleitungsfähig macht glutadion ist eine substanz die leber permanent braucht weil in jedem einzelnen entgiftungsenzym das in der leber produziert wird wird glutadion eingebaut das heißt in dem moment wo entgiftungsprozesse stattfinden wird es verbraucht und muss wieder aufgefüllt werden darum tut uns l-glutadion so gut und darum merken wir auch wenn wir jetzt zum beispiel in der entgiftungskur müde geworden sind und das gefühl haben also irgendwie geht es nicht so vorwärts und ich fühle mich jetzt ein bisschen schlapp dann kann man mit l-glutadion in versuch machen da wieder energie reinzubringen gleichzeitig ist l-glutadion einer der wichtigsten radikalfinger überhaupt im körper also auch vom körper selber produzierte radikalfinger das heißt wenn wir freie radikale abfangen wollen weil eben gerade viel los ist weil entzündungen irgendwo sind dann brauchen wir l-glutadion l-glutadion brauchen wir nicht nur in der leber l-glutadion ist auch was was wir brauchen um die schilddrüse zu entgiften l-glutadion schützt das herz und l-glutadion ist was was ganz wichtig ist zum schutz unserer mitochondrien die mitochondrien sind diese kleinen energie kraftwerke die in jeder zelle drin sind wir wissen heute dass die nicht nur in den zellen sind sondern wir haben tatsächlich sogar freie zirkulierende mitochondrien im blut und wir wissen heute dass die auch nicht nur energie produzieren produzieren sondern dass die sowas wie die intelligenz der zelle darstellen also die machen laut der aktuellen medizin machen die tatsächlich einen sehr sehr wichtigen angelpunkt in unserem stoffwechsel allgemein in unserer zellgesundheit allgemein deswegen ist es gut zu wissen dass es substanzen gibt die eben genau diese kleinen organellen super gut unterstützen können l-glutadion ist eben auch was was die leber braucht für ihre regenerationsprozesse das heißt wenn wir jetzt eine fettleber haben dann wollen wir einerseits natürlich diese negativen folgen der fettleber abfangen da hilft uns l-glutadion weil es eben die freien radikale abfängt weil es eben hilft die gifte abzufangen und wir brauchen andererseits ja eine substanz die eben diese regenerative kraft der zellen wieder aktiviert und das macht l-glutadion auch wenn man jetzt noch weiter über das thema entgiftung mit gleichzeitiger stoffwechsel aktivierung nachdenkt finde ich auch enzyme ganz ganz großartig enzyme zur aktivierung des stoffwechsels und ganz wunderbar finde ich dieses präparat auch von evolution wo enzyme gemeinsam mit msm kombiniert sind msm ist eine organische natürliche schwefel komponente die sehr sehr gut bio verfügbar ist und sehr sehr gut verträglich ist das heißt es gibt menschen bei denen muss man vorsichtig sein mit der entgiftung weil die möglicherweise sonst überlastet werden würden mit der entgiftung ja wenn der körper einfach entgiftung ist nun mal ein echt anstrengender prozess für den körper und dann muss man da ein bisschen vorsichtig reingehen und dann diese schwefel komponente hat eben den vorteil dass sie die entgiftung sanft aktiviert und gleichzeitig das was da entgiftet werden soll auch mit binden hilft und damit raus transportieren hilft das msm steigert die wirksamkeit alle aminosäuren im körper das heißt alle diese kleinen eiweißbausteine zu denen auch das l-glutation gehört werden in ihrer wirksamkeit unterstützt und auch alle enzyme und damit natürlich auch die enzyme die in der leber produziert werden und damit entlasten wir die leber wieder und in dem moment wo sie entlastet wird kann sie sich auch besser regeneriert regenerieren die wir unterstützen damit die leber wir bringen damit leichter schädigende substanzen nach draußen und dadurch dass diese enzyme dabei sind die eben unsere stoffwechsel auch noch aktivieren wird es dann eben wieder spannend wenn es um insulinresistenzen geht und fettleber geht wenn es darum geht den stoffwechsel wieder in eine balance zu bringen dann haben wir insgesamt hier eine schöne unterstützung für den stoffwechsel und auch für den inneren alchemisten ich bin ein sehr sehr großer freund von tees die man dann begleitend trinken kann weil wir sollen ja viel trinken wir sollen gerne ein bisschen was bitteres auf der zunge haben wenn wir eine leberkur machen wollen leber tees sind immer ein bisschen bitter das muss so sein das gehört so ich finde hier diesen leber fit tee den wir generiert haben eine sehr sehr schöne zusammensetzung sie können den einzelnen bekommen bei evolution es gibt den aber eben hier auch in diesem leberkur set zusammen mit lglutadion und formel le5 und einer kardinaltinktur wenn man jetzt hier schwermetall entlastung vielleicht auch noch machen möchte dieser leber tee besteht aus mehreren pflanzen komponenten einmal haben wir dann den löwenzahn drin der löwenzahn ist ein ganz ganz tolles kraut auch dass man jetzt einsetzen kann wenn eben die galle ins stocken geraten ist man muss einfach ein bisschen aufpassen bei so super sensitiven menschen die dann auch noch gallensteine haben weil da kann es sein dass ein zu viel an löwenzahn zu schnell gegeben was aktiviert das heißt da dann lieber nicht mit dem löwenzahn arbeiten sondern da dann lieber vielleicht mit einem einzelkraut wie der mariendistel oder der artischocke arbeiten ganz vorsichtig damit man da erstmal den gallenfluss wieder in gesunde ein gesundes maß bringt aber traditionell hat man den löwenzahn eben auch eingesetzt wenn die galle nicht so richtig ins fließen kommen wollte oder auch wenn jetzt verdauungsstörungen entstanden sind die von der galle ausgehen durchfälle die mit der galle zu tun haben aber auch verstopfungstendenzen der löwenzahn bringt alles in bewegung was ins stocken und stauen geraten ist ja das heißt es ist so ein richtiger aktivierer egal ob das jetzt eben die lebersäfte sind ob das die verdauung ist ob das unser stoffwechsel ist löwenzahn ist auch das stoffwechselmittel nummer eins egal ob das stoffwechsel erkrankungen wie diabetes sind oder cholesterin probleme oder ob das rheuma zum beispiel ist oder gicht auch dessen stoffwechsel erkrankungen auch da kann uns der löwenzahn helfen schon in der frühen volksheilkunde hat man löwenzahn bei gelbsucht verwendet gelbsucht ist ja ein hinweis darauf dass die leber mit ihrer entgiftungsleistung nicht mehr hinterher kommt dann werden diese abgebauten blutfarbstoffe nicht mehr weiter abgebaut sondern werden in der haut eingelagert und dann werden entweder die dies klären also dieses weiße im auge oder auch das hautkolorit im gesicht oder im körper mit der zeit bekommt dann so einen gelblichen farbton und für diese zustände hat man in der volksheilkunde schon ganz früh in der antike schon löwenzahn eingesetzt eben weil man wusste das aktiviert die entgiftung das aktiviert auch die entgiftung über die leber als zweites kraut im tee ist der beifuß mit drin beifuß ist auch ein ganz ganz tolles kraut valafit strabo hat gesagt das ist die mutter aller kräuter was uns darauf hinweist auch dass es ein kraut ist das für die mutter gut ist für die frau gut ist für die gebärmutter gut ist aber wir kennen den beifuß auch als klassisches bitter kraut das zum beispiel in die weihnachtsgans gestopft wird einfach um das den fettigen braten besser verdaulich zu machen ja fettreiche speisen werden besser verdaulich die der gesamte magendarmtrakt wird gereinigt unterstützt aktiviert die verdauungssäfte werden aktiviert man kann also mit dem beifußkraut sehr sehr schön die verdauung unterstützen und eben sehr schön auch die leber entlasten insbesondere wenn besonders stinkende stühle da sind besonders stinkende durchfälle sind dann wirkt der beifuß als großer reiniger der auch im magendarmtrakt wieder für sauberkeit sorgt das ist überhaupt ein mittel mit großer zauberkraft beifuß wird in allen kulturen in denen der wächst und das hat eigentlich jede kultur so ihre eigene beifuß art auch verwendet als als räuchermittel als zaubermittel zum beispiel als fuga demonum also um den teufel auszutreiben beifuß räuchert man rund um geburten um den bösen geistern gar keine möglichkeit zu geben den den raum zu betreten beifuß reinigt man um räuchert man um zu reinigen wenn man ein haus reinigen möchte energetisch beifuß nimmt man als moxa zigarre in der chinesischen medizin um akupunkturpunkte zu erhitzen auch hier geht sozusagen darum negative energien raus zu reinigen weg zu reinigen er ist als blutreiniger verwendet worden er ist eine unterstützung für die leberentgiftung er ist ein stressadaptogen er hat unterstützt alle unsere drüsen aktiviert unseren stoffwechsel ist auch so ein kraut das man in den tee gibt wenn man jetzt sagt ich möchte die gewichtskontrolle ein bisschen unterstützen er gibt kraft er macht eigenständig er macht mutig dass man also den nächsten schritt sozusagen angehen kann ist ein großes großes kraut das man durchaus gerne auch zum einsatz bringen kann wir haben die scharfgabe zusätzlich noch mit drin im tee die scharfgabe ist eine krankenschwester der erde sagt meine liebe kollegin und mentorin margaret immer sie reinigt und reguliert den boden sie aktiviert den ph wert im boden so dass wenn die scharfgabe wo gewachsen ist können nachher auch andere pflanzen wieder wachsen und sie reguliert und aktiviert auch den ph wert im menschen und im verdauungstrakt haben wir ja an jeder station einen anderen ph wert damit eben alle enzyme gut funktionieren können damit alle chemischen prozesse gut funktionieren können und da ist die scharfgabe eben eine die uns die die ja das alles schönen einklang bringt und schönen harmonie bringt sie ist ein sanftes bittermittel sie ist jetzt nicht ganz so bitter wie das zum beispiel der löwenzahn ist und hatten ganz ganz balsamischen einfluss eigentlich auf unseren verdauungstrakt wenn jetzt so krampf neigung ist weil sie stark entkrampft sie wirkt stark an die entzündlich egal ob das jetzt im magen ist oder ob das der darm ist der da entzündet ist sie hilft blähungen loszuwerden sie unterstützt den blutfluss also auch wenn jetzt der blut und stocken geraten ist und es zum beispiel hämorrhoiden oder krampfadern gibt oder auch bei hämorrhoidal blutungen auch bei überschießender menstruation bei der frau kann man die scharfgabe einsetzen sie hat sehr sehr viele talente und ist wirklich eine sehr sehr stark unterstützende pflanze in ganz ganz vielen verschiedenen gebieten unter anderem eben auch zur unterstützung der leber der wehrmut ist deutlich bitterer das ist eine der bittersten substanzen überhaupt die wir in unserer gegend haben und der wehrmut ist jetzt die pflanze schlechthin wenn es um den leber erschöpfungs depressiven patienten geht wir haben jetzt hier ich habe leider kein schönes bild mit den blütchen gehabt sondern habe jetzt nur dieses schöne blatt das ich auch schon sehr speziell finde weil es eben sehr sehr besonders aufgebaut ist und auch einen sehr sehr starken geruch hat den können sie jetzt da nicht riechen das spannende ist dass der wehrmut eigentlich zu den körbchenblütlern gehört die körbchenblütler da gehört das gänseblümchen dazu da gehört die sonnenblume dazu das heißt die haben eigentlich so eine ganz auffällige blüte die sich immer nach dem sonnenlicht ausrichtet der wehrmut hat eine ganz reduzierte blüte die ist ganz wenn sich klein wenn man den wehrmut nicht kennt dann geht man an ihm vorbei wenn er blüht und er kennt gar nicht dass er blüht weil die die sich in der farbe nicht besonders unterscheidet die macht auch nicht diese schönen strahlenden blüten sondern die hat nur dieses kleine blüten köpfchen ohne die zungen blüten und er richtet jetzt obwohl er eben auch ein körbchenblütler ist seine blüte nicht nach der sonne aus sondern er lässt sie hängen er lässt das köpfchen hängen so wie es auch der leber erschöpfung depressive patient macht und der wehrmut bringt jetzt richtig wärme ins system in den gesamten bauchraum bringt er durch blutung der aktiviert alle verdauungssäfte und aktiviert auch den menschen ja der kräuterpfarrer künstler hat gesagt wenn einer grün ist wie ein laubfrosch hager wie eine pappel und jeden tag abnimmt an gewicht und humor dann probiere es mit wehrmut also wenn einem schlecht ist weil man vielleicht was falsches gegessen hat dann muss man den wehrmut nehmen wenn man hager ist wie eine pappel weil man vielleicht gerade eine auszehrende erkrankung gehabt hat und wieder zu kräften kommen muss dann muss man den wehrmut nehmen wenn man an gewicht und humor abnimmt weil man einfach keinen appetit mehr hat und weil das leben keinen appetit mehr macht und weil man in so eine null bockhaltung geraten ist dann muss man den wehrmut nehmen der macht fröhlich der macht anteilnahme der macht einen beteiligt der bringt einen so richtig in seine kraft und hilft einem dass man die zügel selber wieder in die hand nehmen kann stark tonisierende wirkung wirklich ein kraut das sehr sehr wach macht und natürlich kann der wehrmut auch noch viel mehr als die leber entlasten man gibt den auch bei magendrücken bei erbrechen bei übelkeit verdauungsschwäche man gibt den durchaus auch zur hormonellen unterstützung und 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 sie wissen ja pflanzen haben immer viele talente ich will jetzt den abend nicht unnötig in die länge ziehen der macht natürlich eine starke bitter komponente in unserem tee aber ich sage ihnen man kann sich an bitter gewöhnen und sie werden merken wenn sie den tee trinken dass sie innerhalb von wenigen tagen besser drauf sind bessere laune haben fitter sind leistungsfähiger sind weil sie einfach dank der bitterkeit auch die mikronährstoffe deutlich besser aufnehmen können zur abrundung ist in dem tee noch die erdbeere drin nämlich die blätter der erdbeere die man schon im altertum auch verwendet hat weil diese drei blätter eine signatur ist die uns auf die leber hinweisen die man ging früher davon aus die leber hätte auch drei lappen heute weiß man es sind vier weil dieses dritte eigentlich noch mal zweigeteilt ist aber alles was irgendwie so drei blättrig ist hat man immer mit der leber ein bisschen vergesellschaftet im altertum und tatsächlich weiß man heute dass erdbeerblätter eben eine entlastende wirkung auf den leberstoffwechsel haben sie unterstützen die entgiftungsleistung der leber sie helfen der leber auch weil sie mit ihren gerbstoffen bestimmte substanzen binden können und damit sie ausleitungsfähig machen können man gibt die erdbeerblätter bei durchfällen zum beispiel aber auch wenn so völlegefühl ist wenn so gerungsdyspepsi heißt dass es irgendwie fehlgärungen im verdauungstrakt gibt weil bestimmte substanzen nicht ordentlich verdaut werden können und dadurch dass da diese fehlgärung stattfindet gibt es dann aufstoßen unwohl sein völlegefühl und so einen aufgeblähten bauch da können die erdbeerblätter durchaus hilfreich sein auch die haben natürlich wieder viele talente sind noch unterstützend für die blutbildung und so weiter und so fort das ist bei pflanzen einfach so dass die nie nur eines können deswegen mag ich pflanzen ja so wahnsinnig gerne natürlich gibt es auch ganz viele nährstoffe noch die gut sind für die leber die die leber unterstützen beim vitamin d3 weiß man eben zum beispiel dass es regere regenerativ wirkt auch im rahmen von fettlebererkrankungen vitamin e ist eben ganz wichtig weil es so eine starke antioxidative wirkung hat und weil es eben auch hilft bei der fettlebererkrankung zu entlasten man weiß heute das fett nicht gleich fett ist und das fett nicht für eine fettleber zu verantwortlich ist sondern im gegenteil die zuvor von hochwertigen marinen omega-3-fettsäuren kann tatsächlich eine leberentlastung bewirken und kann tatsächlich auch einen umbau der leber eben der erkrankten der fettleber hin zu gesunden gewebe wieder bewirken das heißt omega-3-fettsäuren sind ganz ganz wichtig im rahmen der fettleberbehandlung lkanitin ist ein stoff der uns eben hilft das fett in den ofen zu bringen das heißt lkanitin alleine schlucken nützt uns noch nicht wahnsinnig viel aber wenn wir lkanitin nehmen und uns anschließend bewegen und die muskulatur belasten dann verbrennt der körper wirklich fett weil lkanitin eben gebraucht wird um fette und fettsäuren in die muskelzellen auch in die herzmuskelzellen einzuschleusen das heißt in dem moment wo der herzmuskel arbeitet weil wir jetzt zum beispiel auch cardio training machen oder in dem moment wo eine muskelzelle arbeitet weil wir krafttraining machen wird mehr fett verbrannt wenn wir lkanitin zuführen das heißt es kann einfach eine unterstützung sein wenn wir versuchen wollen den körper sozusagen zu entfetten und auch die leber zu entfetten ich könnte noch ganz viel erzählen über die leber gesundheit aber die webinar zeit ist einfach immer kurz deswegen muss ich mich da immer sehr beeilen und sehr beschränken sie wissen dass die produkte von evolution oder dass ich von diesen produkten sehr sehr überzeugt bin weil ich einfach die produktion gut finde dass das eben nicht von weißgut woher gekarrt wird das ist transparent ist und man eben so ein bisschen sehen kann woher es kommt es ist ein inhaber geführtes österreichisches familienunternehmen wir haben bei den mikronährstoffen rein substanzen das heißt sind keine konservierungs oder zusatzstoffe drin die uns irgendwie belasten die die leber ja auch wieder belasten würden wir haben keine tierversuche wir haben gentechnik freie ausgangssubstanzen wir haben sehr sehr clever zusammengesetzte präparate die eine gute bio verfügbarkeit garantieren und die kräutertinkturen sind eben nach spagyrischen grundsätzen hergestellt und damit sehr sehr ganzheitlich wirksam mit sehr sehr viel bedacht auch hergestellt die haben also wirklich eine sehr sehr gute sehr sehr guten ansatzmöglichkeit auf verschiedenen ebenen so dass sie nicht ausschließlich körperlich wirken sondern auch diese seelischen aspekte mit reinnehmen von denen ich ja eingangs gesagt habe dass die so besonders wichtig sind wenn sie nichts mehr verpassen wollen dann tragen sie sich ein unter www.evolution-international.com newsletter da gibt es zweimal im monat einen newsletter der ihnen erzählt was es wieder für neue webinare und podcasts gibt und auch manchmal blogbeiträge oder neue produkte oder produktveränderungen oder vielleicht auch informationen zu einem produkt das sie schon lange kennen muss aber vielleicht noch was neues zu erfahren gibt dazu ich danke ihnen heute sehr sehr fürs zuhören wenn sie weitere infos noch suchen wollen dann gucken sie gerne eben mal vorbei auf www.evolution-international.com wenn sie mehr zu mir wissen wollen dann schauen sie gerne mal vorbei auf www.jump-on.eu das ist meine homepage ich hoffe dass sie spannende infos mitnehmen konnten im heutigen webinar ich freue mich wenn sie auch beim nächsten webinar wieder dabei sind dank ihnen fürs zuhören und fürs nachhören und wünsche ihnen einfach jetzt noch eine gute zeit freue mich wenn wir uns beim nächsten mal wieder sehen einen schönen abend für sie